So, ja. Ups. Ach ja, jetzt bin ich wieder hier. Komm mal her, woraus ich hier gezaubert hab. Ja, warte, ich möchte dich angucken. What? Sieht das geil. Ey, das sieht aber mal richtig toll aus. Hat was, ne? Und dann komm ich klein mit dem Fuchs. Was du gezaubert hast, ist das süß. Was? Wie du gemeint hast, was du gezaubert hast. Warte, ich komm mal klein mit dem Fuchs. Das schaut sogar fast besser aus als... Oh Mann, kann ich jetzt abholen? What? Kannst du dich wohl nicht abholen lassen? Ah, da renne ich eben hin. Oh, scheißegal. Achso, wo renne ich denn da hin? Zum Transporter vielleicht? Nee, da kann ich ja nicht nach Moorland. Oder doch? Nee, 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 ich muss auf meine Stockhands achten. Komm, begleite mich schon mit. Komm, gut, gut. Ich komm hier schon. Wie lang willst du denn laufen? Au! Hä, was? Achso, wo geht's nach Moorland? Scheiße. Wie lang? Wie lang? Wo bist denn du? Ja, links am Schloss vorbei. Ich seh dich nicht mehr. Links am Schloss vorbei? Ja, ich bin jetzt hier, wo das Auto immer rumfährt. Ja, ich glaub da rein ist das auch lang. Oh, ne Esther! Uh! Du? Unsere ehemalige. Ja. Ja, wieso seh ich dich denn nicht? Keine Ahnung, wo schon anderen weg ist. Ich bin den West Tropic Hikeway. Da bin ich jetzt. Du machst einen totalen Umweg. So weit ist es nicht mehr so lang zurück. Ja. Du bist doch auch mal. Ja. Lass, Lalla. Wo bist du? Ja, ich bin jetzt gerade beim Schmied. Hm. Warte, ich komm, bin gleich Moorland. Warte. Warte, warte, warte. Weiter. Ja. Warte, ich musste erst ein paar Bäume besiegen. Ja. Ach, Mann, geht auch nicht. Oh, zu. So, jetzt. Was stehen denn hier für Pferdchen rum? Hier steht eins. Ich versteck mich mal so da bei der Kuh, gell? Also nicht nur noch. Warte. Heiaaa! So, warte, ich komm mit dem Fuchs raus. Ja, komm mal mit dem Fuchs raus. Ich möchte mir den mal anschauen. Ey, was war denn das? What the hell? Warum ist das denn jetzt da? Weil, wie seht ihr hier, gell? Bin ich jetzt in deinem Stall drinnen? Jetzt wirklich? Die sind jetzt in meinem Stall. Die sind jetzt alle in meinem Stall. Oh, scheiße. Das ist geil. Das bricht mich grad, Alter. Warte mal. Hast du das aufgenommen? Ja. Ich bin die ganze Zeit am Filmen. Das war echt geil. Warte mal. Warte mal. Das war echt geil. Das war echt geil. Ja. Oh toll. Komm mal raus. Oh, warte mal schon. Ja, wo mein Vater ist. Achso, Quatsch. Oh, sieht das geil aus. Wo bist denn du jetzt? Ja, hinter dir. Das schaut gut aus, wirklich. Und wie hast du keine Trense dran? Tatsache. Scheiße. Moment. Ah, na ja, genau. Wieso bist du auf einmal so leise bei mir? Keine Ahnung. Jetzt nicht mehr. Nee. So. Warte mal. Alles sieht gut aus mit der weißen Mähne. Voll passend zu deinen Gamaschen. Ja. Ja. Du stellst ein Video hoch, hab ich gesagt. Nein. Doch. Nein. Benni. Benni ist ja auch... ... ... ... ... Nein. Nein. Komm schnell nach, Steve. Da hattest du es bestimmt sehen. Ja, ich kann mich doch abholen lassen. Achso, ja. Du bist ja langweilig. Ich bin einfach nur gut. Na, spring du blödes Hart. Wo ist denn Benni? Ich seh Benni noch nicht. Naja, das lädt ihr auch erst mal. Das zeigt zweimal erst, dass man auf ist, äh, an ist. Aber das lädt ihr dann noch ein Stückchen. Ja, ist der bei Steve auch. Die Britte ist das krimmste Teil. Das ist neu, das ist neu, das ist neu. Ach, genau. Sag mal, wir haben gezüchtet. Zwischeneinander und... Ich muss mal schreiben. Ach, Mann, Mariechen. Mein Name ist ihr Papa. Man sieht doch die Ähnlichkeit, oder? Echt mal. Oh, wie schreibst du den Blümchen? Ach du Schande. Blümchen. Das ist halt sächsisch, Blümchen. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Oh. Nee! Hast du so ein Fehl? Ja, hast du voll. Ah ja, das Alter, das Alter. Ja, das Alter. Das Alter. Ja, Problem, ich hab das alles aufgenommen. Sollte jetzt mal lieber auffallen, hä? Nee, du kannst ja rausschneiden den letzten Rest. Sag mal hi, YouTube. tick, tick, tick. Just me Hoe? Schkatke Vielen Dank.